Für viele vielleicht eine seltsame Mischung, Hüttenkäse und Müsli, aber heute Morgen war es echt recht eng, das heißt meine Zwischenswahlzeit muss heute ein bisschen schneller gehen und da habe ich mir überlegt, jetzt probieren wir doch einfach mal aus, wie könnte Hüttenkäse und ein leckeres Müsli, hier das Boudin-Müsli von mein Müsli, wie schmecken und ich muss sagen, ist ein Geschmackserlebnis, ausprobieren, geht über studieren.